Oh! Oh! Wie bitter! Oh! Das Erakulat fließt in Strömen gerade. Ultra! Ist der Finger oben jemand nicht loben? Das einer meint, ich bescheiß, gell? Achtung! Oh Gott! Oh Gott! Das ist so leicht. Hey, ich hab... ...meine Augen fangen an zu drehen. Das ist behindert, Mann. Ich hätte die Kuh-Scheiße gegessen. Hey, Kinders. Was geht denn bei mir ab, Alter? Ähm... ... ...in ein Stück Seifer beißen? Oder Zimt essen. So träg ich es mal aus. Die andere Bestrafung weiß ich leider gerade echt nicht. Ich hab die auf dem Desktop stehen alle in so einem Dokument. Aber dieses Mal... ...verfickt nochmal, mach ich's. Und wenn Gustl... Ich hab eh noch was für einen Gustl vorbereitet. Den ficke ich richtig durch. Nicht wörtwörtlich. Wow. Und falls ich aber doch bei BAM richtig rangehe bei ihm sage ich halt währenddessen... ...No, Mom. Und dann ist das geklärt. Ich hab was krasses für ihn vorbereitet. Ihr werdet ausrasten. Oh mein Gott, ich verrat's euch. Ah, ich weiß nicht, ob ihr das Video sieht. Naja, aber jetzt sieht's bestimmt nicht. Achtung. Ich hab mir Five Nights at Freddy's geholt. Und ich werd ihn das spielen lassen und ihm sagen, dass es ein Kinderspiel ist. Und dass am Schluss so eine Überraschung auf ihn wartet. Was schönes. Geil oder ist das geil, he? Ich weiß! Der wird sich vollkacken. An dieser Stelle muss ich einfach nochmal sagen, Danke. Ihr seid richtig krass, Alter. Die Community, wie sie übelst wächst. Ich hab für die Folge am Mittwoch... Ich hab zwei Stunden bevor die Folge online kam, hab ich geschrieben, Hey Leute, ich bin heute Abend nicht da. Könnt ihr die Folge vielleicht für mich teilen oder sowas? Ich komm nach Hause und normalerweise ist so eine Folge, die ich eben nicht bewerben kann. Die hat nach 12 Stunden so 100 Aufrufe, 150 Aufrufe. Was ja schon nicht schlecht ist, aber naja. Und ich komm nach Hause und die Folge hatte 230 Aufrufe. Ihr müsst die geteilt haben und ne Ende. Der hat 40 Daumen nach oben gehabt. Ich hab so viel nicht mal nach zwei Tagen. Alter, vielen Dank. Krieg ich ab, Mama, Leute. Ich muss hier mal eben gewinnen. So. Ach ja. No problem. What the fuck, Riff? No problem for me for the winning. I can win this fucking game, because I kill... Oh my god. Alter, so krass, ey. Zum Glück bin ich so scheiße gut. Hey. Okay, ich hol euch. Wup. Nein. Nicht in den Rücken, das zählt nicht, geh weg. Sehr gut. Nein. Oh, oh, wie bitte. Oh. Oh, baby. A triple. Woohoo. Ja, ich bring euch alle um. Woohoo. Ja, die Cities, die sind dumm, hä? Warum hat der mich jetzt gekillt, oder was? Nein. Come here to figure. Where are you, mofuck? Was ist mit euch los, man? Habt ihr alle neifen? Oh my god, I'm so... Shit. Macht aber nichts, denn... Achtung. Wie so kleine Kinder immer spielen. So. Aha. Oh fuck. Äh. Ne, so ungefähr. Dann fangen sie an zu wein machen. Mama, der hat mich angeschossen. Und die Mutter ruft erstmal die Lehrer an und sagt, so geht das nicht. Bei ihnen in der Schule werden die Kinder angeschossen. Wie, ich hab da kein Steckdreck dran. Guck mal in den Fieker. Waaah. Warte kurz. Steh bleib, du Pisser. Ahaha. Wuhu. Wuhu. Ah, ich lad grad was hoch, deswegen ist mein Ping so leicht kacke, ne? Ich wundere mich grad, warum es dir so schwammig anfühlt. Leute, ich muss gewinnen, ey. Ich hab keinen Bock Seife zu fressen. Aha. Oh. Der Ping. Habt ihr das gemerkt? Voll die Verzögerung. Voll die Ping-using. Oh. 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 Hallo, hallo. Oh. Oh. Alter, will ich grad ab-eakulier. Das Eakulat fließt ins Strömen grade. Ultra. Ja. Ja, Tüter. Oh. Was, den Revolver? Fuck. Nein. Ich hätt abgedrücken müssen. Er wär tot gewesen. Ich bin mir sicher. Oh man, warum hab ich den Revolver? Oh. Oh yeah, Bitch. You can suck my Kork. Du kannst meinen Korken lutschen. Ja. Ja, natürlich. Mhm. Ich glaub, ich hab hier einen Cheater detected. Mein Name ist Detektiv. Cheater Detektiv. Ja. Lüg mich nicht so an, Mann. Du lügend... Lügen... Du reitest doch auf einer Kanonenkugel, wenn du frei hast, Mann. Du auch. Wollt ihr mich grad... Ey. 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 Ich kann nicht... Ich... Ich kann nicht oft genug... Ey, sagen! Er fängt mich, Mann. Jetzt muss ich nochmal diesen schwuchteligen Revolver spielen. Ja, klau mir doch den Kill, du Strolch. Mann, ey. Ich schaff es nicht, dieser dreckige Revolver. Wegen diesem dummen Knife-Kind bin ich jetzt voll verschissen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ja. Okay. Nicht Knife lassen jetzt. Klau mir doch den Kill. Du Drecksack. Alter, noch eine Waffe. Ich schaff das nicht. Fuck, Mann. Tja, Leute. Nächste Runde werde ich ja wohl ein Stück Seife beißen müssen. Ein saftiges Stück Seife. Mmh. Ich freu mich schon. Dieser Knife-Down war zu hart. Der hat mich gebumst. Wer hat die meisten Kill? Ich. Wer hat den Dick verdient? Ich. Wer ist noch nicht mehr auf dem dritten Platz? Ich. Aber schade. Naja. Okay. Sei's drum. Sein Guschel, der sich schön in die Hosen kackt. Ja. Ist mir das gerade mal recht. Also Männer. Daumen hoch für diese... Scheiße. Tschau. Sch Sch Renkopf. Schnell war seitens von Panettgeist.